jo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge lucky block battle rush mit dabei sind die drei dudes hallo flash hier ja es hat mal geklappt dass centus und flash dabei sind so und wir spielen heute mit den den gemmeln den troll und den fantasy lucky box ich sollte mal um game mode gehen ja so in der mitte befinden sich hunderter von 14 können wir schon starten oder was ja okay ich muss noch was wir benutzen und werbe ich permanent hat ja noch mal ich gemacht gut mein gott deine mutter ich weiß niemand an du hast hier ist ja wie man sagen jeweilig gott habe ich zwei schweine bekommt das ding ist echt gepostet ja man gibt gibt diamanten was gab und bis gepostet jederzeit gab sich eine kleine base zu bauen um seine wolle zu verstecken was ist das im was ist das für ein typ weiter geht's oh peter 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 nein peter um ывazer und wach ja eben pete nochmal zurück damal hack ja boosted animal wo kommt denn das her oh man nein mein hund textas grateful ich kann mich nicht bewegen das ist ein super nova star ja da kann man passieren ja kann man machen nein 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 ich habe nicht mal geöffnet ich kriege einen haufen redstone zeug alles klar ja ja alles klar Und ich muss immer wieder von meinem Bodenpunkt hinlaufen, das ist ja voll, ah ah Tschüss, lieber Äh, okay Ja, hast du noch was geblattiert? Ich bin, äh, am Start Äh, dann hat sie, äh, nicht zu, äh, zu mir Äh, nicht auch, ah, weiß ich nicht Ja, dann hat sich das so weit, äh, gewescht oder übertrieben Ah, ich kann mal wieder ab Tschüss Hallo Ach, und die, das war dann von mir hier im Blut Alter, hör doch auf, warum mit deinem Herzen zu bödeln, oder Köter So, die anderen haben, die jetzt zu mir, äh, das einfach hatten, braucht mich nur gerade zu bauen Ja, ich fliege dir mal mit den Blöcken nicht gekriegt Äh, was ist ein Super-Evil-Story-Mode-Blog? Sag mal bitte irgendwas lustiges Oh, hast du nirgelt? Mach ich nie Ich bin ein Lucky Crow Zoll Nein, ich will da nichts haben, weil, äh, äh Wir kennen ja auch noch nicht alle Sachen Verdammte Scheiße, was da alles rauskommen ist Ey, nein, die wegschweinchen Oh, ich hab mir gar nicht mehr Ich hab mir eine Anlage Yey Was ist denn das? Irgendwas mit Spaß Ey, ich will den Kielpick befangen, doll Bitte? Jo, richtig, ich bin mir die Ambers auf den Kopf Körter Ah, das ist ein Keiß Ok Ich kann nicht die alten Tote, bei dem Teufel sein... Ich kann nicht die alten Tote, das hat einen Tote! Ähm, da bin ich nicht, habe ich nicht. Ich würde mich nicht zu töten. Endshaft. Kommt doch mal her, ich würde mich zu töten. Ich muss die eigentlich mal... Gebleiben... Komm doch wieder her! Kommt doch, hallo? Jo, bittig, komm. und Ach komm, nein. Wie kannst du das mal nutzen? Nach wie Gott beim Demos geben und bei mir die Raketen voran abbauen. Warum ist das voll lustig? Nein, nein, nein. Klar! Ach, ein Pop-Tschüss. Mach's drauf. Es riecht eine Tafel. Es riecht eine Tafel. Es riecht eine Tafel. Geil. Oh, ja. Kacke der Kacke. Komm, steh jetzt einfach alles. Wow, kommt da was geiles. Hast du überhaupt schon was Gutes bekommen? Nein. Ach, steht meine Insel. Die ist so feurig. So feurig, warm. Au, au. Missi, Missi. Oh Hundi, hallo. So, sag einmal, einmal. Ja. Oh, ja. Hamburger. Wir sind immer noch da. Was ist hier denn das? Irgendwelche kommischen Skelette. Wow. Haha, nicht mehr du scheiß Lava diesmal nicht. Irgendwelche kommischen Paul-Skelette. Ach, hab ich aber nicht alle weg. Ja, ich bin doch mal runter. Hey. Tschüss. Ich muss noch mal rein. Oh, nee. Ach nee, das ist so. Ich bin doch eine Kacke. Ich bin doch nicht. Ehhh. Ehhh. Ein guter kann man essen. Oh, oh, wo bin ich? Ich weiß nicht ob man hier noch an den Block kommt. Weiß, denn wir dürfen ja ein Schloss. Baut ja ein Schloss. Alles klar. ich habe eine extra plattform haben für alles aber eigentlich zwei plattform eine zu bauen ja Alles klar, ich baue mich, ich baue mich Geht die Scheiße und die Luz geht ab Heimt euch Hm Äh Pizza Party, geil, Pizza, Pizza, Pizza Pizza, 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 Pizza Pizza, 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 Filzen Äh, Scheiße Scheiße, Scheiße Derchen haben wir gerade an Soll ich gar nicht Nee Alles klar Alter, was geht da ab Hast du das, das Zeugzäcker ist von euch Warte ab Yo Oh mein Kronzäck Yes Einer hat dir los, hörst du mal ganz Ich bin da mit dir irgendwas Ich bin da früher nach Hause Was? Biegen biegen Ja Alter Oh, ihr macht nicht ihre Nein Nein Ich hab den Befehl schon drinnen So Was darf ich denn da drunter fällt? Ich hab doch nicht mal alle offen Ich auch noch nicht Ich brauch noch nicht alle offen Aber Herzmitte Sack Ernsthaft Hä Na Sack 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 Ich bin hier Melon Party Super Also, ich taue Melonen Keine Ahnung Nein Hopp Okay Hä, hat mich jemand weggeschossen? Weckt das gerade? Nö Hä Hä, hat mich jemand weggeschossen? Nö Warum gehen die meistens nicht tot? Weil ich dir gerade helfe, du Eierkopf! Ja, dann hab ich gerade nur gefragt, weil die meistens... Hab ich die gerade getötet? Feuer ist das Schlimmste, was ich noch nie abkann Ich kann nicht verstehen, dass meine Wolle verbrannt ist als ganz viel Arbeit Wolle, Wolle, Wolle! Nein! Gott! Ich hieb's dir einfach nur noch durchgedehnen Ja! Oh, cool! Alter! Das ist so untereinander! Hallo! Turboscharfe Was machen, ob wir äh... Was ist das für ein Effekt, dass ich fliegen kann? Uff! Hahaha! Find ich cool! Versuch mal! Hm? Versuch mal! Ja! Boah! Ich bin viel zu schnell! Ach ja! Ich hab keinen Platz mehr zum Bauen! Einfach nur... Einfach drauf bauen! Was hast du hier für die Scheiße gebaut, ey, Tim! Hahaha! Gott wusste ich scheiße von ihm! Daaaauuuu! Gasse! Darf ich mich wieder selber kehren? Warum? Pizza intus! Was? Oh nein! Oh nein! Hier ist ja auch so'n Feuerwerk! Boah! Der hat die engen Scheiße gebaut! Mach kurz das Feuerwerk kaputt! Mach mal! Mach mal! Ah! Die Scheiße kam durch den Spawner! War mir schon klar! Das war mir schon klar, Tim! Alter, nein! Hm? Du bist nicht hier hingelaufen! Ich? Wieso? Hast Angst! Du bist das Mann! Du bist das Mann! Du Spike-Pink! Hab die doch eben schon mehrmals getötet worden! Ach so, Centos, ne? Danke für deine graue Wolle! Wieso? Wieso? Warum gehst du zu mir sogar, du Affe? Wieso nicht? Viel Spaß! Also, deine habe ich im Inventar! Hi, was geht ab? Du kannst ruhig sterben! Da erinnerst du dich zu töten konntest auf einmal! Warum? Du hast mir die Reste kaputt gemacht! Also, ich brauche lange bis ich sterbe! Was bist du eigentlich? Müll, müll! 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 Ich bist ein Pisserfelsch! Na, warum? Warte mal! Warte mal! Warte mal, lass! Was willst du? Du hast doch mal ne Bolle! Nein! Nein, ich muss sie erst töten! Ach so! Hast du wenig! Oh, was ist das für ein Schwert? Ich habe mich hier nicht gekrücken! Und da ich noch fliegen kann! Sprich in den Flag! Äh, hat einer von euch ausgelöst, dass kann man nicht irgendwie Mops runterfallen? Nö! Weil ich sehe hier irgendwie noch mal einen Mops runterfallen! Ja, das habe ich gesehen! Hi, Centos! Ciao, Centos! Na, Junge, was ist das für ein Ding, ey! Zwei Hits tot! Ja, ne? Egal! Dich musst du ja nur einmal töten! Du hast keine Wolle mehr! Aber war es schon clever, deine Gänge zuzubauen! Ja, ne? Aber es hat leider nicht gereicht! Ja! Ist halt so! Nein! Nein! Oh, 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 oh! Flash hat hier echt etwas ordentliches gebaut! Was man erst mit dem scheiß Eingang suchen muss! Und der hat ja schon wieder Gas gespawnt eben! hier ist einiges explodiert glaube ich gerade die mitte an wieso f*** das spiel? und das war eben eine axt macht nix du kannst es oft wie du willst aus die ganze die blöcke ab warum bauen die sich denn ständig ab jetzt mal ernsthaft also was durch die lucky box aufgetaucht ist klar passiert passiert also hallo und du kommst jetzt zur weifel dran jerry ist auch irgendwie ist noch weiße wolle ich hätte eigentlich noch mehr ich hätte eigentlich noch alle farben wollen für stecken sollen meine war noch da aber du ja meint ist die kanten kann sein dass die zentos ganze kill ich muss mich generiert in der wir leben als die verliere ja und das ist doch wahrscheinlich so ein effekt und dann ist das doch egal an der werte keine wolle mehr zentos weil zentos meine andere wolle noch zu die graue ich habe ständig ab einem spawn extra eine schwarze wolle ich dachte aber das holz kommt irgendwann einer dahin hallo scharf da hat jemand genau so ein labyrinth gebaut wie du meins ist kein labyrinth mehr weil das labyrinth nicht mehr existiert nicht schon wieder hin nein die letzten ich will auch meine restlichen böcker öffnen ich habe noch so viele nein du störst mich immer dabei wenn du ein schwein kids und der ist man sagt die blöcke nein kann das sein dass ich deine graue wolle gerade gefunden hat wo auch fickt sich doch auch durch user aber äh wot